Hallo, dieses Video bietet eine kurze Einführung in Arcadia und Capella. Arcadia ist eine modellbasierte Entwicklungsmethode, die 2006 von Thales mit dem Ziel definiert wurde, Entwicklungsprozesse zu verbessern. Der Auftrag lautete damals, einen Ansatz zu definieren, der es ermöglicht, mit der steigenden Komplexität von Systemen und technischen Abläufen umzugehen. Arcadia definiert dabei die übergeordneten Ziele, Konzepte und Sichtweisen. Capella ist eine Workbench zur grafischen Modellierung, die speziell zur Unterstützung von Arcadia entwickelt wurde. Sie stellt dazu ein breites Spektrum an grundlegenden Produktivitäts- und Analysefunktionen bereit. Hauptziel von Capella ist es, Kunden- und Nutzeranforderungen zu verstehen, die Lösungen gemeinsam mit allen beteiligten Stakeholdern zu definieren und zu nutzen, System-, Software- und Hardwareentwicklung abzusichern und die Vergabe von Unteraufträgen vorzubereiten, die Systemarchitektur frühzeitig zu bewerten und zu begründen und schließlich die Integration, Verifikation und Validierung vorzubereiten und zu bewältigen. Dies sind die Kerninhalte von Arcadia. Es besteht aus vier Engineering-Perspektiven mit spezifischen Aufgaben oder Zielen. Für jede dieser Perspektiven werden ein Beispiel, die grundlegenden Konzepte und Beschreibungen zur Verfügung gestellt. Die wesentliche Kernaussage ist dabei eine klare Trennung zwischen der Erfassung der Anforderungen und Lösungsbeschreibung. Die Kernkonzepte von Arcadia sind sehr einfach. Alles fängt mit Capabilities, den Fähigkeiten an, die die vom System bereitgestellten Dienste auf hoher Ebene beschreiben. Was soll das System oder das Produkt können? Warum kauft es ein Kunde? Capabilities sind durch Functional Chains und Szenarien beschrieben, die spezifische Nutzungen veranschaulichen, zum Beispiel eine durchgängige Beschreibung der Anforderungen an das System und seines Verhaltens. Functional Chains und Szenarien werden zum Beispiel benutzt, um normale und eingeschränkte Betriebszustände zu erfassen. Sie werden typischerweise mit Testprozeduren verbunden. Functional Chains und Szenarien bestehen aus atomaren Funktionen oder Aktionen, die untereinander Abhängigkeiten aufweisen. Eine Funktion liefert Ausgaben, die von anderen Funktionen als Eingaben benutzt werden. Diese Abhängigkeiten werden als Functional Exchanges bezeichnet. Funktionen und Functional Exchanges sind den Strukturelementen zugewiesen, wie zum Beispiel dem System selbst, seine Komponenten oder den Aktoren. Functional Exchanges sind Component Exchanges zugewiesen. Functional Exchanges und Component Exchanges können durch Schnittstellen und Datenstrukturen genauer beschrieben werden. Nicht zuletzt ermöglichen Zustandsautomaten, die Strukturelementen zugeordnet sind, eine Verhaltensbeschreibung des Systems, in dem die Verfügbarkeit jeder Funktion oder Schnittstelle in den jeweiligen Zuständen spezifiziert wird. Lassen Sie uns das mit einem kleinen, konkreteren Beispiel erläutern. In diesem Fall handelt es sich um eine drohenden gestützte Lösung zur Überprüfung der Außenseite von Flugzeugen. Wir beginnen mit der Analyse der betrieblichen Anforderungen. Dabei steht im Fokus, was die Systemnutzer erreichen sollen. Eines der Ziele der Analyse der betrieblichen Anforderungen ist es, eine Basis für die Diskussionen mit dem Kunden zu bilden. Die Analyse der betrieblichen Anforderungen unseres Produkts beschreibt die Stakeholder und ihre Tätigkeiten. Instandhaltungsdienste, zertifizierte Gutachter, die Fluggesellschaft, der Flugkapitän sowie die Infrastruktur rund um das Flugzeug. Wir beschreiben, was der Gutachter macht, und zeigen, wie die umgebende Infrastruktur ein Hindernis darstellt, das die Prüfergebnisse verändern kann. Die Analyse der betrieblichen Anforderungen eignet sich gut dafür, eine Nutzwertanalyse durchzuführen und die Pain- und Gain-Points jedes Stakeholders zu erkennen. Irrelevant ist hier noch die exakte Grenze unseres Systems oder Produkts. Es sollte keine Box geben, die es darstellt. Die zweite Arcadia-Perspektive, die sich mit der Erfassung des Kundenbedarfs befasst, ist die Systemanforderungsanalyse. Dabei stehen die Erwartungen an das System im Fokus. Das Ergebnis der Analyse von Zielkonflikten zwischen den Capabilities wird konkretisiert, und die Systemgrenzen und die Aktoren werden eindeutig identifiziert. Die Funktionsanalyse konzentriert sich darauf, was vom System erwartet wird. Eine Funktion erlaubt es der Drohne, ihre Ausrichtung und Bewegung zu kontrollieren, sowohl durch automatische Steuerung oder manuelle Kontrolle. Vom System wird erwartet, dass es Daten über das Fluggerät erfasst, wie Bilder, Videos, Scans, dass es sie bearbeitet, um zum Beispiel Defekte automatisch zu erkennen, und dass es sie anzeigt. Die Aktoren, die mit unserem Produkt interagieren, sowie der Informationsaustausch zwischen ihnen werden eindeutig erfasst. Irrelevant ist hier noch alles, was mit der Lösung zu tun hat, wie die Dinge funktionieren, welche Technologien eingesetzt werden, und, und, und. Nach der Erfassung des Kundenbedarfs sind wir jetzt für die Beschreibung der Lösung bereit und beginnen mit der logischen Architektur oder konzeptionellen Lösung. Hier wird Fokus darauf gesetzt, wie das System funktionieren sollte. Ziel ist eine Beschreibung auf hohem Niveau, die für alle Engineering Stakeholders verständlich ist und nicht nur für Systemarchitekten. Hier lautet die erste Information über unser System, dass es aus der Bodenstation und aus der Drohne besteht. Einige wichtige Entscheidungen sind hier schon dargestellt. Ist die Bodenstation für die Durchführung des Flugplans zuständig oder die Navigationskomponente der Drohne? Wenn die Bodenstation zuständig ist, dann werden die Anforderungen an die Verbindung zwischen der Bodenstation und der Drohne hoch sein, zum Beispiel in Bezug auf die Bandbreite oder die Latenzzeit. Diese Verbindung würde auch die Möglichkeit für Cyberangriffe bieten. Wenn die Ausführung des Flugplans innerhalb der Drohne erfolgt, dann wird eine höhere Rechenleistung benötigt, was sich auf die Batterielebensdauer und damit auf die Autonomie auswirkt. Das Ziel dieses Beschreibungslevels ist es, allen Stakeholdern das gleiche Grundverständnis der Lösung zu vermitteln. Engineering Managern, Marketing Mitarbeitern, Produktlinienmanagern, Design Authorities oder Safety Spezialisten. Irrelevant ist hier zum Beispiel, welche spezifische Sensoren verwendet werden, welche Steuergeräte und welche Kommunikationsmedien zwischen der Drohne und der Bodenstation benutzt werden. Detaillierte Schnittstellen werden hier noch nicht unbedingt benötigt. Jetzt sind wir soweit, zur physikalischen Architektur oder zur Detaillösung überzugehen. Dabei werden wir Entscheidungen bezüglich Hardware treffen, zwischen Make-, Team- oder Buy-Strategien entscheiden, Trade-Offs verfeinern und Schnittstellen genauer beschreiben. Die physikalische Architektur stellt die Lösung mit genügend Details dar, um eindeutige Aufträge für die nachfolgenden Entwicklungsaufgaben definieren zu können. Wir legen hier fest, dass die Bodenstation aus einem Joystick und einem Tablet besteht. Wir wählen aus, welche Sensoren wir benutzen werden, spezifizieren die Kommunikationsmedien und die Schnittstellen präzise genug, um später eine erfolgreiche Integration zu gewährleisten. Irrelevant hier ist die interne Auslegung jeder Systemkomponente. Das ist die Aufgabe der nachfolgenden Entwicklungsmodelle, die mit Capella automatisch erstellt werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Arcadia in allen Engineering-Perspektiven die gleichen Konzepte verwendet. Capabilities sind durch Functional Chains und Szenarien beschrieben, wobei die Funktionen den Strukturelementen zugeordnet werden. Nur die Engineering-Ziele jedes Arcadia-Standpunkts unterscheiden sich. Nicht alle Perspektiven sind für die einzelnen Projekte immer erforderlich. Die genaue Analyse der Engineering-Ziele und die Bestimmung der entsprechenden Modellierungsstrategie sind notwendige Schritte am Anfang jedes Projekts. Genau darum geht es beim MBS e-Coaching. Mehr Informationen dazu finden Sie in öffentlichen Foren, Webinaren und YouTube-Kanälen oder direkt auf der Capella-Webseite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!